Ich hoffe, wenn wir nicht so gelassen, es fliegt so. Ja, wieso fein hier? Aber ich habe es trotzdem schon ganz schön schnell. Das tut mir auch. Das ist schon gut. Ich bin sehr toll, ja. Das wäre auch ein tolles Bild hier. Und man könnte es auch reingehen. Aus dem Lichthorn. Wo wandert ihr jetzt hin? Zum südlichen Punkt von Tuckett. Okay, Pometheus oder so, ne? Blick auf! Ja, Mann!